Musik Part 2 also heute. Warum brauchen Sie eigentlich eine Marke und müssen dann später die ganzen Überlegungen machen? Und ich habe den Titel bewusst auch mal genannt, nicht nur aus juristischer Sicht, weil mir sehr, sehr viele Fehler und falsche Gedanken auffallen und mir tut es manchmal dann in der Seele weh für die arme Marke. Aber fangen wir mal an. Der Nutzen einer Marke. Das erste, immer das erste, was ich zu hören bekomme, wenn ein Mandant zu mir kommt und sagt, ich will eine Marke, ist sofort, ich will nicht, dass der bei Amazon auf meiner Asin ist. Ich will ihn raushaben. Zack. Klasse. Genau, das können Sie damit machen. Wunderbar. Dafür ist eine Marke ganz hervorragend geeignet. Sie können sich selbst positionieren. Sie haben Ihre eigene Asin. Mitbewerber können Sie runterschmeißen und schließlich haben ja nur Sie Ihre Marke. Kann ja kein anderer haben. Da sind Sie alleine. Haben Sie ein Alleinstellungsmerkmal. Das gleiche ist bei Ebay genauso. Auch da können Sie sich dann ganz alleine mit Ihrem Produkt darstellen und positionieren. Haben keine Mitbewerber am Bein und können sich auf Ihr Geschäft fokussieren. Können auch Preise besser bestimmen natürlich, weil natürlich der Mitbewerber hier gar nicht mitzureden hat, hat gar nichts zu melden. Noch ein Vorteil bei Amazon. Sie haben die Buybox. Kein anderer drin. Noch ein Punkt. Sehr wichtig. Sie können sich vor Nachahmern schützen. Das heißt, es kann keiner Ihre Produkte so direkt in den Markt bringen. Sie haben sofort juristische Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Und der Punkt, der jetzt da steht, der klingt so furchtbar harmlos. Schutz der Marke vor unredlichen Anmeldern. Das meine ich Ihnen damit. Damit meine ich, dass ganz, ganz viele von Ihnen Ihre Marke eingetragen haben. Aber nicht beim Markenamt, sondern im Kästchen bei Amazon. Meine Marke. Da kann man eine Marke hinterlegen. Es ist keine Eintragung aus juristischer Sicht. Das heißt, was macht Ihr Mitbewerber? Sobald er findet, Mensch, der ist aber gut. Der verkauft das Ding ja. Der hat das richtig gut positioniert. Der ist immer oben. Tipptopp. Will ich auch? Ach, der Dussel hat ja gar nicht angemeldet. Klasse. Der meldet Ihre Marke an. Und dann stehen Sie da. Was der macht, ist nämlich, er sperrt Sie von Ihren eigenen Produkten, hat Ihren Erfolg und kann ganz prima Geschäft machen. Aber so eine Marke, die kann noch viel, viel mehr. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich, ach, das brauche ich alles nicht. Hauptsache, das ist nicht auf meine Asien drauf. Ja, das ist ja alles gut, habe ich verstanden. Hauptzweck kennen wir jetzt. Aber nutzen Sie doch das Potenzial. Sie haben doch jetzt eine Marke. Haben Sie doch. Nutzen Sie doch. Und was kann Sie denn? Sie können ja noch viel mehr. Sie können dem Produkt und der Marke kennzeichnende Worte mit auf den Weg geben. Das heißt, was verbindet derjenige, der das jetzt kauft, mit Ihrem Produkt? Kann es gut kleben? Kann es gut waschen? Kann es, was können Sie oder was kann Ihr Produkt? Das können Sie verknüpfen. Das heißt, Sie können sich ein Alleinstellungsmerkmal bauen. Ihre Welt können Sie sich bauen. Und damit können Sie was noch viel Schöneres machen. Sie können Vertrauen herstellen. Vertrauen bei Ihren Kunden. Das heißt, der hat bei Ihnen, was weiß ich, eine Festplatte gekauft. Hat eine Festplatte gekauft. So, die läuft gut. Tipptopp. Alles gut. Jetzt braucht er vielleicht irgendwie nächstes Jahr auch noch mal was. Ein USB-Stick. Machen wir mal was simples. Ein USB-Stick. Was wird er machen? Man kann sich vielleicht nicht mehr erinnern. Wem hatte ich das denn gekauft? So, und jetzt kommt der Punkt. An dem kommen Sie ins Spiel. Wenn Sie es geschafft haben, sich so zu positionieren, mit Ihrer Marke einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Das heißt, das war doch der Händler mit der neongrünen Seite und dem Punkt da drauf. Mensch, klasse. Der hatte so tolle Ware und das funktionierte. Und hat noch mir vielleicht irgendwelche Boni dazugegeben. Vielleicht noch irgendein Service dazu und ein Backup-Service oder was weiß ich. Mensch, der hat noch so tolle Ware. Bei dem kaufe ich wieder. Dann haben Sie Vertrauen geschaffen. Erstmal bei dem einen. Und der eine, der kauft wieder bei Ihnen. Und er wird auch in drei Jahren wieder bei Ihnen kaufen. Und das ist Ihr Gewinn, Ihr Mehrwert. Den können Sie schaffen. Denn jeder Kunde bringt Geld. Und noch was. Nicht nur, dass Sie diesen Kunden immer wieder zu sich ziehen können und ihn behalten können. Kunden, die Ihnen vertrauen, die sind bereit, für Vertrauen zu zahlen. Das heißt, die sind bereit, bei Ihnen auch mal ein Euro mehr zu zahlen für ein Produkt. Ein paar Euro mehr sogar. Weil Sie wissen, bei dem habe ich gute Ware gekauft. Das ist klasse gewesen. Prima Service. Alles tiptop. Bei dem kaufe ich wieder. Und dafür bezahlen Sie sogar mehr. Das heißt, Sie können Ihre Marge noch steigern. Das gleiche Produkt. Und was können Sie noch? Sie können bei einem Produkt den sogenannten Produktlebenszyklus steuern. Das heißt, üblicherweise, ein Produkt kommt auf den Markt, läuft langsam an, ist hip. Und dann geht es wieder in den Keller. Ist weg. Wenn Sie Händler sind, ist das Produkt dann halt nichts mehr richtig wert. Sie können es nicht mehr richtig in Gang bringen. Sind Sie selber Markeninhaber, können Sie steuern. Sie können entweder ein Produkt modernisieren. Sie können das Produkt ein bisschen weiterentwickeln, die Marke weiterentwickeln, vielleicht ein Service dazu, irgendwas, kleine Dinge kann man immer noch mal. Und kann das gleiche Produkt, was eigentlich schon langsam out wird, kann man auch ein bisschen verjüngen, weiterziehen. Und Sie können den Lebenszyklus verlängern. Das heißt, Sie können länger von dem Produkt profitieren. Das ist ein Satz, auch den kriege ich regelmäßig hinzuhören. Ja, okay, alles gut. Aber ich bin nun mal nicht Uhu und ich bin auch nicht Persil. Ich bin nur ein kleiner Händler. Das habe ich nicht, das Geld. Brauchen Sie auch nicht. Macht gar nichts. Sie können auch klein, in kleinen Dingen große Schritte machen. Und dazu sollten Sie sich mal was überlegen. Nämlich, was ist eigentlich eine Marke? Also, was macht die Marke zur Marke? Eine Marke ist ein eindeutiges Identifizierungsmerkmal. Das heißt, Sie haben ein Produkt und eine Marke gibt diesem Produkt eine Identifikation. Ich hatte es vorhin ja schon mal angesprochen. Es gibt verschiedene Arten auch von Marken. Wir haben Wortmarken, Wortbildmarken, reine Bildmarken. Wir können sogar 3D-Marken anmelden. Aber die lasse ich jetzt mal ein bisschen alles außen vor, weil es etwas seltener ist. Das meiste sind Wortmarken und Wortbildmarken. Was ist diese Marke? Sie ist ein positives Vorurteil, was Ihr Kunde mit dieser Marke verbindet. Ich habe hier ein Beispiel genommen. Was erwarte ich denn von Uhu? Ich weiß, Uhu klebt gut. Prima. Und bei Persil weiß ich, es wäscht gut. Prima. Was erwarte ich von Ohebo? Kein Mensch, keine Ahnung. Ich auch nicht. Kennt ja keiner. Und Sie müssen immer denken, wenn Sie den Kunden binden und ihm diese Kaufentscheidung erleichtern. Sie müssen sich vorhin das Bild vorstellen. Wir müssen es machen so. Ein Kunde kommt in den Laden und da stehen 50 Produkte. Und er hat keine Ahnung, wer was ist. 50 Produkte, die er noch nie gesehen hat. Der steht davor und denkt sich, oh, was soll ich denn jetzt davon nehmen? Nehm ich dort oder dort oder dort oder dort. Keine Ahnung, er kennt es ja alle nicht. Jetzt fängt er an, ein Produkt zu kaufen. Und das nächste Mal kommt er in den Laden. Sagt sich, oh, schon wieder 50, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Aber das mit dem gelben und dem grünen da, das hat gut geklebt. Das nehme ich nochmal. Und das ist diese Kundenbindung, die Sie schaffen können. Und diese Kundenbindung ist Ihr Kapital. Davon können Sie profitieren. Ich habe das nochmal ein bisschen anders dargestellt. Ich habe die gleichen Buchstaben genommen und immer schön wild durcheinander gewürfelt. Andere Farben hinterlegt. Tick top. Welche Creme davon würden Sie dann kaufen? Das sind alles Creme. Welche würden Sie kaufen? Welche Dose würden Sie nehmen, wenn Sie eine Creme suchen? Ich vermute fast mal, ohne Ihnen was unterstellen zu wollen, aber ich vermute mal, Sie nehmen diese Packung. Warum? Weil Sie bei dieser Packung wissen, da ist irgendwie Creme drin. Kenne ich ja, habe ich schon von klein auf. Hier könnte auch gute Creme drin sein. Aber das wissen Sie nicht. Holen Sie sich deshalb nicht, was Sie kaufen. Liebe ja. Und diesen Mehrwert, den müssen Sie schaffen, dann Ihrem Produkt weiterzugeben. Sie müssen sagen, okay, die Kunden sollen wissen, in diesem Produkt ist Liebe ja. So. Aber wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ich, verdammt nochmal, die Marke jetzt auch wirklich zu einer Marke? Erster wichtiger Punkt, die Marke muss sich abheben. Also wenn Sie irgendein Produkt haben und schon machen ein weißes Produkt mit einer schwarzen Schrift, so wie eine Präsentation, die hebt sich jetzt nicht besonders ab. Also die kriegt keinen Markenwiedererkennungswert. Das Ding. Sie müssen es schaffen, einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Und jetzt, das lustige Geschichte. Wissen Sie, was mein Liebster zu mir gesagt hat, was er mich so gesehen hat, mit dieser Jacke, sagt er, ja, du bist eine Marke. Ich habe gesagt, Mensch, du hast recht? Ich bin eine Marke. Warum? Wie viele Anwältinnen kennen Sie, die mit einer chinesischen Jacke hier stehen? Die meisten haben dann ein Kostüm an oder einen Rosenanzug oder sowas. Es gibt ganz selten eine mit einer chinesischen Jacke. Das fällt auf. War mir vorher auch nicht bewusst, aber ist mir heute Morgen im Spiegel auch aufgefallen. So, jetzt haben Sie was Besonderes. Das fällt auf. Aber so richtig bringt das ja jetzt auch nichts. Das heißt, Sie gehen nach Hause und sagen, ja, da war eine Anwältin, die hat mit einer chinesischen Jacke einen Vortrag gehalten. Schön. Kommen Sie auch noch nicht so richtig voran. Wovon lebt denn die Marke? Durch Wiederholung. Das heißt, irgendeinem Element der Marke, das muss sich immer wiederholen. Immer wieder. Das heißt, entwickeln Sie ein sagen wir mal ein kleines Symbol kann es zum Beispiel sein. Hängen Sie an Ihre Marken dran, hängen Sie an Ihr Produkt selber dran. Schaffen Sie durch kleine Dinge können Sie schon erreichen und die kosten eben nichts. Oder vielleicht die Entwicklung der Grafik. Können Sie machen, dass der Kunde sagt, das habe ich schon mal gesehen. Das habe ich wirklich schon mal gesehen. Und was muss man machen? Sie müssen ein konstantes Bild auch abzeichnen. Das heißt, wenn die Nevea-Dose, die wir eben hatten, wenn die plötzlich morgen gelb ist und morgen ist sie grün, dann ist die grüne Dose zwar auch auffällig und können es auch dreimal verwenden, aber es ist keine Konstanz drin. Das heißt, Sie müssen konstant in Ihren Markengedanken bleiben. Als erstes, ganz wichtig, Sie müssen überlegen, was kann ich Besonderes? Was ist denn jetzt? Was soll der Kunde, der bei Ihnen kauft, ein Markenprodukt kauft, was soll der von diesem Produkt, von Ihrem Handel, wie auch immer, was Sie auch im Vordergrund stellen wollen mit der Marke, Was soll der über Sie denken? Was können Sie besonders gut? Und die erste Antwort, die ich in 80% der Fälle kriege, ja, ich, also ich habe besonders gute Qualität und ich habe einen exzellenten Kundenservice. Dann frage ich immer, ach, und Ihr Mitbewerber, der wirkt mit Schrott und schlechtem Kundenservice. Qualität und Kundenservice ist kein Kriterium für eine Marke. Das haben Sie zu leisten und zwar immer. Das erwartet der Kunde immer von Ihnen. Das ist nicht das, was er mit der Marke verbinden möchte. Der möchte andere Dinge hören, womit Sie sich abheben können, wo Sie für sich auch definieren müssen, erst mal vorher. Was kann ich besser als, was können Sie besser als die Dame zum Beispiel? Sie müssen das überlegen. Sie müssen überlegen, womit möchte ich mich von meinem Mitbewerb abgrenzen. Und ich möchte Ihnen ein ganz lustiges Beispiel erzählen von letztem Jahr. Der Mandant hat mir seine Einwilligung gegeben. Ich darf das hier eins auch präsentieren, auch die vorher Auswahl. Das war ein Mandant, der zu mir gekommen ist. Er wollte Marke anmelden. Sehr kreativer Mensch. Und ich habe mir seine Homepage angeguckt. Sag ich, das ist doch nicht dein Ernst. Da steht doch Lederstore. Wieso sehe ich da Filztaschen? Was hat jetzt eine Filztasche mit Leder zu tun? Boah, stimmt. Waren halt schön. Was hat er noch? Irgendwas hat er Deko. Deko im Lederstore. Sag ich, nee, das gar nicht. Und dann haben wir überlegt. Was können Sie besonders gut? Und dann stellte sich doch tatsächlich raus, der hat eine Manufaktur im Hintergrund. Der kann Sachen selber produzieren. Der hat eigene Kreationen. Der hat eigene Designs. Und ich gucke mir seine Homepage nochmal an. Sag ich, wo sind denn die? Warum sehe ich das denn nicht? Dann haben wir das definiert. Und so sieht das heute aus. Das heißt, da sehe ich, er hat eine Manufaktur. Er hat eine eigene Produktlinie. Da steht er in Linden bei Lederstore. Wunderbar. Das sind seine eigenen Designs. Weil er gesagt hat, naja, nur meine Designs. Ich muss auch noch ein paar andere Lederprodukte. Sag gut, parallel stellen. Kein Ding. Jetzt hat er das wunderbar aufgebaut. Jetzt weiß der Kunde, bei dem Menschen, da bekomme ich tatsächlich Eigenmanufakturwerke, wirklich angefertigt. Da hat er ein tolles YouTube-Video gemacht. Da sieht man die Maschinen, wie das hergestellt wird. Und was ist denn jetzt? Der Kunde denkt sich, Mensch, klasse. Und wissen Sie was? Auch ich laufe mit so einer Tasche rum. Ist ja nicht schön. Und wissen Sie, was er noch gemacht hat? Ganz clever. Die Marke, die transportiere ich immer mit rum. Die zeige ich jedem. Ist das nicht klasse? Das kommt raus, wenn man sich selber mal überlegt, was kann ich eigentlich besonders gut? Worauf sollte ich mich vielleicht fokussieren? Und sollte ich nicht vielleicht die ollen Filztaschen einfach mal rausschmeißen? Auch wieder kommt, ja, wenn ich so mag, dann muss ich ja ein riesen Marketing machen, bis die mal so, bis ich mal so bin wie Persil, das kann ich mir gar nicht leisten. Nicht mal völlig, völlig falscher Ansatz. Es geht doch nicht darum, dass Sie tolle Werbung machen für irgendeine Marke. Lass nicht irgendein lustiges Video einfallen. Dann sieht der Kunde ein lustiges Video. Der wird den ganzen Tag mit hohlen Phrasen beschmissen. Dann sieht er sich das Video und sagt, lacht, aber er kauft Ihre Produkte doch nicht. Er weiß so gar nicht, was Sie machen. Und worauf soll er denn vertrauen? Und womit grenzen Sie sich ab? Das heißt, Sie müssen auch dem Kunden vermitteln, was macht Ihre Ware so besonders oder Ihr Unternehmen, was macht Lederstore zu dem Sonderen? Da ist es die Manufaktur, aber Sie können, bin ich mir sicher, jeder auf seine Weite auch was ganz Besonderes. Und das ist die Abgrenzung, die Sie dann auch haben. Er hat sich komplett abgegrenzt von allen anderen. Er hat seine Manufaktur, alles toll gegliedert, wunderbar. Und dafür braucht man keine riesigen Werbebudgets. Brauchen Sie nicht. Sie müssen erst mal für sich doch überlegen, was können Sie gut? Klebt mein Uhu vielleicht noch besser als Uhu? Und Sie müssen es für sich erst mal überlegen. Und das müssen Sie transportieren. Und schaffen Sie erst mal Vertrauen. Und Vertrauen kriegen Sie nicht von heute auf morgen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, Sie können da ganz, ich habe, habe ich letztens noch gehört, letzte Woche noch, ich habe da so viel Geld reingesteckt, in das verdammte Marketing, meine Marke läuft immer noch nicht gut. Tja, ist doch klar. Ich meine, es muss doch wachsen. Würden Sie hier irgendjemandem jetzt Ihre ganz persönliche Lebensgeschichte einfach so erzählen, weil er da steht? Würden Sie nicht machen. Die müssen Sie begegnen, nochmal begegnen, dann, dann. Und erst dann haben Sie auch einen Mehrwert mit der Marke. Dann haben Sie nicht das Vertrauen geschaffen. Das müssen Sie schaffen. Sie müssen nicht viel Geld investieren. Sie müssen konstant arbeiten. Sie müssen was ich vorhin schon gesagt habe. Sie müssen eine Konstante drin haben, Wiederholungen, Vertrauen schaffen. Dann haben Sie den Mehrwert. Gut, ich habe jetzt mal die größeren Namen rausgenommen. Aber es ist ganz gut, einfach mal ein paar Ideen einfach zu vermitteln. Die funktionieren aber auch im Kleinen. Denken Sie jetzt nicht mehr, weil da große Namen steht, das könnten Sie nicht. Sie können das auch. Ich habe aber ein paar rausgefühlt. Rein wirk, willkürlich. Alzerin, Unser Mat und Schwarzkopf. Da sind mir zig Marken eingefallen. Markenstrategien. Wie entwickle ich die? Wer gehört zu wem? Da habe ich mir aber auch mal überlegt. Da gibt es Schwarzkopf und Persil. Das sind die gleichen, die wir eben hatten. Die beiden gehören zu Beiersdorf. Und wenn die Folie jetzt funktioniert. Nee, die gehören zu weit. Da. Die gehören zu Henkel. Henkel. Henkel ist auch eine Marke, davon abgesehen. Hat jetzt da noch mal vier Marken. Warum macht der denn Sunderes? Der kann ja doch alles unter Henkel verkaufen. Braucht doch nicht noch vier Marken. Wie hat Henkel das gemacht? Henkel hat sich überlegt. Ich habe einen guten Namen. Für verschiedene Dinge. Ich kann Shampoos. Kann ich. Ich kann Kleber. Ich kann Geschirrspülsachen. Das kann ich. Dann gibt es die Dachmarke und dann hat er verschiedene Produkte drunter geordnet. Ich klicke die mal ein bisschen vor. Jetzt sehen Sie folgendes. Er hat seine Dachmarke. Die steht oben. Es könnte auch ihr Handelsname beispielsweise sein. Unter dem Sie handeln. Henkel hat es auch ein bisschen anders gemacht. Da klebt auch noch Henkel immer noch zusätzlich drauf. Ich weiß nicht, ob man es jetzt bei den Produkten sieht man es jetzt nicht. Aber hier glaube ich, steht dann immer noch Klein noch Henkel zusätzlich drauf. Das ist die Dachmarke. Und dann hat er überlegt. Ja, Moment mal. Ich habe verschiedene Sektoren und dann nenne ich sie. Das nennt man dann Familienmarken. Das heißt, alles hier, das sind Familienmarken. Persil ist die Familienmarke für alles, was irgendwie mit Waschkram zu tun hat. Da kriege ich Weichspüler und ich weiß nicht was. Bei Patex kriege ich das nicht. Da kriege ich alles, was gut klebt. Und hier bei Schwarzkopf, da bekomme ich alles, was irgendwie gut für die Haare ist. Und warum macht Henkel das? Aus folgendem Grund. Würden Sie ein Shampoo kaufen, auf dem Patex steht? Und warum würden Sie es nicht kaufen? Weil Sie wissen, das Zeug klebt verdammt gut. Das klebt verdammt gut. Der mag ja gut mit dem Shampoo, aber Patex schmier ich mir nicht in die Haare. Aber das sind doch Vorurteile. Das sind genau die Vorurteile, von denen ich vorhin gesprochen habe. Da habe ich ja gesagt, das ist ein Vorurteil, was Sie haben. Der kann doch, ist ja die gleiche Firma, also könnte es ja auch ein ganz tolles Shampoo unter Patex sein, oder? Kaufen Sie aber nicht. Und genau deshalb habe ich auch vorhin ja schon versucht zu gliedern. Gliedern Sie Ihre Produkte in verschiedene Warengruppen. Und nur diese Warengruppe, dafür nehmen Sie eine Marke. Und da können Sie selber steuern, was soll der Kunde jetzt mit Ihrem Produkt, mit Ihrer Ware verbinden. Henkel hat das in drei verschiedene Geschäftsbereiche. Die kann man übrigens im Internet auch mal nachfinden. ganz interessant, wenn Sie da Interesse dran haben, gehen Sie mal auf die Seite von Henkel. Die haben Ihre ganze Markenstrategie dort erklärt. Können Sie sich mal angucken. Die haben drei Geschäftsfelder, klebt gut, ist gut für den Menschen und ist gut für den Drumherum. Drei Bereiche. Und dementsprechend haben Sie Ihre Familienmarken gemacht. Der richtige Markenname. Jetzt überschneidet sich das ein kleines bisschen. Vorhin mit dem Vortrag der Gattungsbegriffe und was darf ich und was darf ich nicht. Das lasse ich jetzt hier mal außen vor. Die Begriffe, die darf ich hier zum Teil nicht. Ich lasse jetzt mal so einfach unterstellt. Man dürfte sie einfach, um Ihnen Ideen mitzugeben. Wenn Sie eine Bohrmaschine Bohri nennen, mag das nicht beschreibend sein. Mag ja doch irgendwie. Aber ganz ehrlich, das ist doch Schrott, oder? Der Nächste nennt das Ding dann Borschienchen. Oder ich weiß nicht. Da können Sie sich überhaupt nicht mal von abheben, von irgendwas. Da letten noch einen ganz lustigen Mandanten. Kennen Sie, wie man Passwörter zum Teil kryptisch schreibt. Das E wird dann zur 3 und das I wird ein Ausrufezeichen. Ganz kryptisch. Ich denke mir vor, ich finde das sieht toll aus. Ja, das stimmt. Das sieht richtig toll aus. Und wie soll ich jetzt dem Nachbarn sagen, was ich gekauft habe? Ausrufezeichen 3 I? Also, fott dordomet, wird der Gölsche sagen. Das bringt nichts. Keine kryptischen Zeichen. Auch das bitte nicht. Aber, meine Empfehlung ja fast immer. Mein Gott, der Aküfi, der ist so herrlich. Da können Sie so wunderbare Kreationen auch machen. Und ich habe meint, sind wir kannten, wussten Sie, dass Persil nur ein Aküfi ist? Ja, hier, ich habe es aufgeschrieben. Das kommt von Parborat, was irgendwie aus Natrium, Parborat, rauskommt. Und Silikat. Haben wir gesagt, okay, die beiden Sachen sind drin. Davon, Wortbestand hat, zack, zusammengeklatscht. Persil, perfekte Marke. Aber nicht nur der. Metabo kennt auch jeder. Heißt eigentlich Metallbohrer. Metallbohrdreher. Ganz korrekt. Und das Inbus. Der Inbus ist ja auch so ein Begriff. Der sagt doch jeder, das ist auch ein Inbus. Das ist eine Marke. Wissen viele gar nicht. Das ist eine Marke. Und deshalb mahnt er auch in letzter Zeit ab, ganz zu Recht. Das ist seine Marke, die verteidigt er, sonst wird die nämlich wertlos. Sonst wird die zum Gattungsbegriff wieder Walkman. Der muss die verteidigen. Ganz prima. Ich habe übrigens mit dem gesprochen. Ganz netter Herr. Völlig okay. Alles tiptop. Aber eigentlich heißt Inbus Innensechskantschraube Bauer und Schwerter. Schauerte. Schauerte heißt es. Entschuldigung. Bauer und Schauerte. Einfach auch zack, zack, zack. Ein bisschen was rausgekürzt. Zusammengeklatscht. Inbus. Perfekte Marke. Dann machen Sie doch das. Und überlegen Sie nicht. Das sind Bohrmaschinen, Borschinen, Borschin, Börrichen. Alles Mist. Alles Mist. Es hebt sich nicht ab. Hat jeder. Tausend andere kommen auch noch auf die Idee. Auch eine ganz tolle Möglichkeit, mal einen schönen Namen zu finden. Machen Sie ein Anagramm. Machen Sie das, was ich vorhin mit den Nivea-Buchstaben gemacht habe. Ich habe die einfach immer wieder durcheinander gewürfelt. Kommt tausend andere Namen raus. Prima. Nehmen Sie Ihren Namen. Nehmen Sie den Namen von Ihrem Hund. Egal. Würfeln, Buchstaben rauswürfeln, klingt gut. Nehmen. Hat kein anderer. Das sind ja Ihre Wuchstaben. Und wenn Sie es dann ganz professionell haben wollen, können Sie natürlich auch zum professionellen Anbieter gehen. Kostet dann halt Geld. Das Anagramm können Sie würfeln, selber machen. Geht auch. Ja, jetzt kommen wieder die doofen Juristen. Die müssen wieder was die rechtliche Sachen. Alles klar. na gut. Als erstes haben wir schon gesagt, Sie müssen eintragen. Nur da haben Sie einen Schutz. Nur dann können Sie Ihre Mitbewerber einfach sich vom Leibe halten. Sie haben dann das Recht, dem zu sagen, nee, raus mit dir. Was Sie aber auch tun sollten, jedenfalls, wenn Ihre Marke was wert ist, beobachten Sie den Markt. So teuer ist das auch nicht. Gibt es als Dienstleistung. Können Sie aber auch selber. Alles gut. Beobachten Sie den Markt und beobachten Sie die Marken. Beobachten Sie die Markeneintragungen. Gucken Sie, wer Ihre Marke benutzt. Und ich kann nur den Tipp geben, in letzter Zeit ist es verdammt viel aus Fernost, was kommt, was einfach das benutzt. Ihre Marke. Oder sogar, wenn Sie das nicht eingeschränkt haben, melden Sie gleich Ihre Marke an. Wunderbar, Sie sind raus. Also beobachten Sie. Denn sonst wundern Sie sich, dass Sie irgendwann gesperrt sind. Und verteidigen Sie Ihre Marke. sagen Sie nicht, naja, gut, der eine, ach, der stört mich ja ja nicht. Dann kommt der zweite, der dritte, der dritte. Und dann heißt es irgendwann, benutzt doch jeder den Begriff. Benutzt doch jeder. Gut, schwer. Und warum noch? Weil Sie Ihre Marke verwässern. Weil der Kunde dann irgendwann nicht mehr, naja, sagt er, habt doch jetzt, in zehn verschiedenen, hieß überall irgendwie genauso. Und ehrlich gesagt, keine Ahnung, Sie verwässern Ihre Marke. Das heißt, das, was Sie sich mühsam aufgebaut haben, Sie haben sich mühsam aufgebaut, haben gesagt, das habe ich jetzt geschafft, den Kunden mit meiner Marke zu vermitteln. Weil wenn das ein anderer benutzt, ist es weg. Vielleicht auch nicht beim ersten, aber der zweite, dritte ist verwässert. Sie haben nichts mehr davon. Sie haben wirklich nichts mehr davon. Es kann sogar so weit gehen, dass die Gefahr besteht, dass Ihre Marke gelöscht wird. Nehmen wir den Walkman. War man eine Marke? Hat irgendwann jeder benutzt? Und irgendwann, nutzt ja jeder. Können Sie auch keinen Schutz drauf haben. Ist eine übliche Bezeichnung geworden. Fattormit. Also, machen Sie Ihre Marke stark und verteidigen Sie diese auch. Warum? Es ist Ihr Kapital. Es sind doch Ihre Kunden. Lassen Sie das nicht von jemand anders wegnehmen. Ich habe es noch mal etwas zusammengefasst, wie man das so macht. Also, verwenden Sie keine generischen Begriffe. Also, kein Messer, Fünnungsmesser und auch kein Messer-L und Messer-Li und Messer-Weiß-Ich-Nicht. Ich habe da noch ein Beispiel. O-Knife. Können wir jetzt schön überlegen. Kann ich vielleicht eintragen? Ja. Aber der Konkurrent nennt das P-Knife. Kann er ja. Weil Knife darf er verwenden. Hat ja Messer. Völlig in Ordnung. Darf er verwenden. Hat aber P-Knife. Sie stehen da. Ich habe O-Knife. Ich habe P-Knife. Gut. Verbessert. Und achten Sie streng darauf. Wenn Sie eine Marke aufbauen, bleiben Sie bei den Begriffen. Bleiben Sie sich treu. In Maßen kann man weiterentwickeln. Aber bitte, wenn Sie sich einen Namen aufgebaut haben. Ich nehme den Leder-Store. Das sind tollen Namen für Leder aufgebaut. Wenn der morgen mit Schrauben um die Ecke kommt, glaubt ja keiner. Bleiben Sie bei Ihren Kernbegriffen. Sonst fällt die Marke in sich zusammen. Und was ist er wert? Nichts mehr. Null. Nada. Den können Sie wegschmeißen. Und ich habe es vorhin schon angesprochen. Achten Sie bitte drauf. Eintragung. Markeneintragung. Heißt nicht, dass leere Kästchen bei Amazon ausfüllen, wo drin steht Marke. Das heißt, beim Amt eintragen. Und wenn Sie es nicht tun, tut Sie den Mitbewerber und sperrt Sie aus. Und wie gesagt, beobachten Sie, beobachten Sie die Marken und verteidigen Sie. Kommen wir zu den juristischen Möglichkeiten. Jetzt hat sich so ein Dussel tatsächlich an Ihre Asen angehängt. Ja, verdammte Hacke, wie kriege ich den hier runter? Wie kriege ich den diesen Dussel jetzt runter? Also Amazon nimmt es schon ernst. Also wenn Sie sagen, der hat meine Marke, verkauft unter meiner Marke, der Amazon löscht. Aber nur wenn es identisch ist. Also wenn die Marke wirklich komplett identisch ist, dann wird gelöscht. Sonst überhaupt nicht. Denn Amazon ist kein Gericht und Amazon maßt sich auch nicht an, zu urteilen, was ähnlich ist. Manchmal in Ausnahmefällen machen sie auch das, aber ganz selten. Das heißt, die setzen sich da nicht hin und sagen, dann sagen Sie, Ihr P-Neif ist aber ähnlich wie mein O-Neif. Amazon sagt dann, dann gehen Sie zum Gericht, klären das, wenn Sie geklärt haben, können Sie wiederkommen. Was müssen Sie dann machen? Da kommt es ja drauf an, was Ihr Gegner gemacht hat. Niemand hat sich an Ihre Asen angehängt. Sie müssen dann abmahnen. Ich weiß, Abmahnung, mach nur die Bösen. Nee, Sie verteidigen Ihre Marke. Sie verteidigen Ihr Invest. Sie haben doch Geld rein investiert und Kraft und Mühe, sich das alles aufzubauen. Sie verteidigen das, was ein anderer Ihnen einfach schamlos wegnehmen möchte. Dann seien Sie auch nicht so scheu. Ich mahne nicht ab. Dann ist Ihre Marke weg. Haben Sie keine Scheu. Eine Abmahnung ist nicht Schlechtes per se. Nehmen wir mal die aus, die da massenhaft irgendwelche Widerrufsklauseln abmahnen. Das meine ich jetzt nicht. Das ist was anderes. Das ist Ihr Wert. Das ist Ihr Eigentum, was Sie da haben. Sie können natürlich auch, wenn das eingetragen hat, da kann man die vorhin schon erkennen. Man kann ein Widerspruchsverfahren natürlich auch da machen, klar. Es dauert aber alles. Sitzt da schon drauf, aber Sie müssen es machen. Und dann kommt noch der letzte, oder nicht ganz der letzte Punkt, aber fast der letzte Punkt. Ja, das bringt ever nichts, wenn der aus China kommt. Doch, bringt auch da was. Wie? So sieht das dann aus. Ich arbeite mit einem chinesischen Kollegen zusammen. Dem schicke ich meine Abmahnung, also meine Abmahnung als Brief. Der macht noch ein chinesisches Anschreiben zu. Zack, stellt das den chinesischen Unternehmen zu. Und wenn ich dann möchte, kann ich mir einen Titel in Deutschland holen. Amazon schickt man und sagt, Arrivederci. Gut. Wir sind in West. Ah, ein Tausender. So, wenn Sie Glück haben, können Sie dann einen Lagerbestand fänden, irgendwelche Ideen können Sie vielleicht noch haben. Aber das muss man auch sagen, das ist ein Invest. Das können Sie nicht unbedingt vom Gegner wiederkriegen. Sie müssen einfach wissen. Aber es ist Ihre Kalkulation. Ein Tausender investiert. Wie viel haben Sie denn vorher in Ihre Marke investiert? Ist es das nicht wert, dass Sie sich da nochmal reinhängen und sagen, okay, der, der nicht. Nochmal mein Fazit. Markenentwicklung, auch für kleine Unternehmen, es ist kein Hexenwerk. Sie können auch unterscheiden, haben Sie Schrauben und was weiß ich, das können Sie auch sortieren, das können Sie doch, diese ganzen Strategien, die die große machen, das können Sie auch. Sie müssen sich nochmal Gedanken machen, Sie müssen Gedanken machen, was Sie haben, was Sie können. Denken Sie mal drüber nach. Und arbeiten Sie auch beständig dran. Und wenn neue Produkte ins Sortiment kommen sollen, verdammte Hacke, dann sagen Sie nicht, ah ja, die Zahnpasta, die finde ich auch irgendwie cool. Komm rein, die läuft gut. Passt es denn zur Marke? Passt es genau zu den Ideen, die Sie schon gemacht haben? Sie haben sich einen tollen Namen aufgebaut bei Büroartikeln. Was macht denn die Zahnpasta jetzt da? Lassen Sie die raus. Lassen Sie einfach raus. Wenn es eine gute Marge hat, vertreiben Sie es unseren anderen Namen. Nehmen Sie einen anderen dafür, aber nicht von der Marke. Wiedererkennungsmerkmale schaffen, hatte ich bereits angesprochen. Sie werden mich wiedererkennen, wenn ich nächstes Mal mit dem chinesischen Jäckchen komme. Dann sagen, ach, die schon wieder mit dem chinesischen Jäckchen? Das ist hier, der Vorträge über Markenrecht hält. Zack, haben Sie verbunden. Ich bin Anwälte für Markenrecht. Tipptopp. Markenerkennungswert geschaffen, Wiedererkennungswert geschaffen. Sie können auch. Viele denken, ja, da bin ich mir so festgefallen, jetzt habe ich diese dusselige Marke und die sieht doch auch so altbacken aus, habe ich schon zehn Jahre jetzt bald. Sie können das auch weiterentwickeln, aber seien Sie vorsichtig bei dem Weiterentwickeln. Wenn Sie vorher die Farben Rot-Blau haben, kommen Sie nicht plötzlich mit Neon und Grün an. Entwickeln Sie das dann langsam weiter. Aber Sie können Ihre Marke auch ins Moderne, wenn man die weiterleiten. Wenn Sie ohnehin eine Marke wollen, damit Sie die von der Asin runterschmeißen können. Meine Güte, Sie haben die Marke. Nutzen Sie sie. Machen Sie was draus. Sie haben es doch. Dann nutzen Sie es. Wie gesagt, ist ja kein Hexenwerk. Und Sie haben sogar die Möglichkeit, noch einen Benefit daran zu kriegen. Nicht nur einfach laufen, Sie können auch mehr Kunden kriegen. Sie können Kunden binden. Sie haben alles. Tipp, top. In kleinem Rahmen geht das. Lassen Sie sich die Marke nicht verwässern. Behalten Sie es im Auge. Verteidigen Sie die. Verteidigen Sie die.